Also komm, wir gehen in das erste Video hinein, tu da schnell Musik aus. Ich finde, also das ist das, das ist eh, also das... Sprachen lernen. Das ist das neu, eh, einer der neuesten, also das neuesten Video, das wir dann noch released haben. Dann haben wir, glaube ich, die neue Kamera noch gehabt. Aber sonst haben wir immer alles mit so einer Samsung-Kamera gemacht. Weisst du, warum ich die Kamera vor in die Kamera habe? Ich musste dann mal in den Zoo gehen, in den Zürich Zoo. Und du weisst, meistens schreibst du einen Lehrer oder so immer, was du mitnehmen musst. Eine Fotokamera. Und dann habe ich mir gesagt, hey, ich brauche auch für dich eine Kamera. Und dann hast du mir eine Kamera gekauft. Nur wegen des. Und Robert. Also, Bruce Lee versus Jackie Chan. Also, wir schauen, ob ich Leute da machen soll. Oh fuck. Ja, es ist, es ist, es ist noch nichts gekommen. Mal machen. Also. Ähm, was du deinen Kollegen erzählst, wenn du die Kamera geschlagen hast? Will du mir gleich mal rein? Nein, du. Ich bin wirklich. Was ist das? Bro, aber die fetten sind schon geil gewesen. Wie? 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 Julien, das ist schuldig. Das ist natürlich so geil, wer. Warte. Ein Outtakes, nein. Ein Outtakes, Mann. Oh nein. Was geht denn an das Deck? Alter, so jetzt! Es wird so gut, es wird so gut! Oh, 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 oh! Merkt ihr das Geld? Merkt ihr das! Alter, schau mal auf die Face! Auf der Face! Also, Deutsch kann ich auch schon nicht mehr. Ich geh nicht, ich geh! Es wird gut, es wird gut! Das war immer eine enorme Empfehlung, Kollege. Wenn man es so anschaut... Die Sound-Effekte! Weißt du das eigentlich noch? Keine Ahnung! Was ist das? Wenn man es so überlegt, es ist sehr schlecht gemacht. Es ist sehr schlecht gemacht, aber Leute haben es sehr gerne gemacht. Ist schwer! Also wirklich, die Resonanz in diesem Video ist... Tausend! Schau, tausend! Was ist das? Ja, du hast das sogar nicht. Den wurde gefeiert, ich glaube. Wir sehen uns, dass die Karte gut macht. Ja! Man kennt's, gell! Man schlägt das Auto und... Dann haut ihn ab! Dann haut ihn ab! Meidente gegen Exec chooses zu werden. Absolut! Oh, was... Das ist zu long! Das ist echtig! Was ist das denn? Ich warte auf dich, Bro. Weißt du, ich renne weg, aber ich warte gleich durch. Ist logisch, ist logisch. Ja, voll, schau dir nackt. Ich musste so behindig sein, du hast die Brille abgehängt. Meine Brille. Für euch nicht noch Glück, dass ich nicht auf die Brille aufstelle. Wäre er draufgegangen. RIP, RIP. Oh shit, Alter. Brille weg, Brille weg. Meine Brille. Das haben wir gar nicht gewusst. Meine Brille. Das haben wir gar nicht gehört, im Fall. Als wir das Video gemacht haben, ist es nicht aufgefallen, dass du das gesagt hast. What? By the way. Brille steht am Boden. Auf dem Abruhbe. Was ist eigentlich wirklich passiert? Gehen nur 20 Sekunden oder so. Ey, wirst du Stress? Du wirst nicht länger, oder? 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 Drei mal oder so. Ja, das ist wirklich... Von unserer Laufbahn ist das das neuste Video. Da muss man inaktiv sein. Da sind wir schon inaktiv gewesen. Dass wir dann noch tausend Views bekommen, ist auch schon crazy.